Hallo ihr Lieben, euer Girl, Silvia und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Film-Review. Ich spüre irgendwie Gefahr. Ich habe Angst. Was ist hier los? Habt ihr das auch gerade gehört? Oder bin ich die Einzige? Heute geht's voll auf bis 12. Heute wird's gefährlich. Heute gibt's Zoologist, T-Rex, Tyrannosaurus Rex, der König, der Dinosaurier, der Stärkste, der Stärksten, der Krasseste. Und ich bezeichne dieses Parfüm als den Endboss von allen Parfüms. Wenn du Parfüms liebst, die wirklich noch nie schriechen, die herausfordernd sind, die voll auf die 12 gehen, die keine Gnade zeigen und wenn du Parfüms liebst, die im Alltag eher weniger brauchbar sind, weil, ich sag mal so, schon ein sehr spezieller Kandidat hier, T-Rex, dann ist sie ja genau richtig. Warum? Ich zeig's dir. Diese Videospiel-Szenerie zeigt genau, wie das Parfüm T-Rex riecht. Da ist er, erhabene T-Rex. Alles zerstört er und vernichtet er die Lava, Blitz und Donner, die pure Zerstörung, Feuer, Rauch. Komplette Vernichtung, das Ende der Welt. Das ist basically der Geruch vom T-Rex. So ein bisschen Grillaroma, wie wenn irgendwie Fleisch vom Grill in die Holzkohle gefallen ist. Genau das siehst du hier und genau das ist eben halt das beste Bild, was ich euch zeigen konnte zum T-Rex. Wirklich. Ich hoffe, das war ein guter Ersteindruck. Wirklich. T-Rex, ein Parfüm, was nur eine Situation kennt. Und zwar, wenn man einen schlechten Tag hat, in Ruhe gelassen werden möchte und einfach sagen will, fass mich nicht an, ich bin hier der Boss, pflegt sie mir an, denn sieht das ganz schlecht aus. Und ich kann euch sagen, Parfüm ist so powerful, so choking. Es werden euch nicht viele ansprechen und vielleicht auch negativ, weil es wirklich ein polarisierender Duft in your face, der macht wirklich keine Gefangenen. Ich habe noch eine andere Nische nutzen allerdings für dieses Parfüm gefunden. Und zwar Minusgrade. Aktuell Minus 4 Grad in Oldenburg. Ich denke mir so, T-Rex, let's go. Also, bei der Fireplace ist ja schon sehr gemütlich, wärmend. Das ist nicht gemütlich wärmend. Das ist so, als würde es in Magma-Krater geschmissen werden. Und wer steht vor Magma-Krater? Der T-Rex, der gerade irgendwie Fleisch vom Wildtieren im Mund hat. Das ist blut verschmiert. Das war ein Raubtier. Das ist kein Kindergarten. Und er hat es irgendwie im Vulkan geröstet, das Fleisch. Und er isst es gerade. Und die Bäume sind abgefackelt. Und du hast so ein bisschen das Aroma von den Bäumen, von den Pflanzen, aber eben halt innen verbrannt, innen rauchig. Und noch so ein Animalek dazu von den Tieren, die eben halt durch den T-Rex vernichtet worden sind. Krass. Krass, krass, krass. Es ist halt nicht gemütlich, aber es wärmt. Es wärmt einen richtig auf. Gibt allen Kraft. Diese Minusgrade zu überstehen. Also wirklich für Minusgrade eines der besten Parfüms. Und das meine ich jetzt nicht ironisch. Einfach nur geil. Ja, der T-Rex. Nochmal. Ganz schneller Breakdown. Grauchig. Harzig. Würzig. Ledrig. Da ist auch so eine Ledernote. Leder mit Animalik gemischt. Zivett haben wir hier. Leder. Wir haben halt diese ganzen Pflanzen. Diese Kräuter und Pflanzen. Hier ist nämlich eine Stechwachheuler-Note drin. Und Stechwachheuler wird benutzt, das Öl, um einen verbrannten Akkord zu erzeugen. Wirklich, es riecht nach verbrannten. Wenn du es anzündest, das Öl von Stechwachheuler, da hast du eben halt diese verbrannte Note. Und damit hat der Waffimeur Antonio Gardoni richtig gut gearbeitet. Und das ist perfekt umgesetzt. Dieses rauchige, dieses grüne, abgebrannte, waldige, gemischt mit dieser Animalik, mit den Leder. Und dadurch wurde eben halt ein abgebrannte Dschungel erzeugt, der vom T-Rex dominiert wird und eben halt auch das Zerstörerische durch das Feuer. Diese Stechwachheuler-Öl-Note, die hat wirklich was von Lava, von Magma, von Zerstörung pur. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Zerstörung, das Ende der Dinosaurierzeit kam quasi, hat alles mitgenommen, alles am Verbrennen, alles am Rauchen. Und wie gesagt, es hat ein bisschen was wie, wenn Fleisch in eine Grillholzkohle fällt und einfach die Zerstörung pur. Es ist die Zerstörung pur. Und es trifft aufeinander und kollidet, dieses grüne, dieses waldige, dieses harzige, mit der Animalik. Mit diesen würzigen Noten und den Blumen. Alles in rauchig und verbrannt, kollidet. Und das ist der T-Rex, der einzige Überlebende aus der Dinosaurierzeit. So krass ist er. Und wenn ihr alle schlimmen Situationen überleben wollt, sprüht den T-Rex. Da fragt euch niemand mehr an. Damit seid ihr der König der Dinosaurier, auch wenn er vielleicht schon lange ausgestorben ist, der gute T-Rex. Hiermit wird er wieder zurück ins Reich der Lebenden gebracht. Wow. Was ein Bafüm, wirklich. Das ist so interessant, so spannend gemacht. Und Rosenoxid hat auch so eine leicht blutige Komponente. Das ist so krass gemacht, wirklich. Es riecht nach Gefahr, nach Zerstörung. Nach diesen abgebrannten, nach Magma, nach Grill. Es ist ein absolutes Meisterwerk, was hier geschaffen worden ist. Wirklich, der T-Rex. Der kann es einfach. Pfeffriges Opening für extra Power. Also wenn man eins zu diesem Beispiel besorgen kann, dann ist es Kraft, Power, Strength. Ja, da gebe ich den Jeremy zu 100% recht. Das ist einfach nur eine Legende. Wow. Ich will mich jetzt auch nicht zu lange hier aufhalten. Ich meine, ich quatsche schon wieder hier. Bestimmt sechs, sieben Minuten. Wo ich jetzt mal gerade den Duft so ein bisschen gebreakdowned, weil es einfach so ein spannender Duft ist. Da kannst du nicht einfach so, ja, der Duft riecht da und danach, ja, next. Der ist so spannend. Der erzählt eine Geschichte. Generell, die Brain Zoologist fokussiert sich auf Tiere oder Habitate von Tieren und stellt sich vor, wie es da am besten Barfüm zu geben würde. Und das ist ein ausgestorbenes Tier. T-Rex. Hier hat man wirklich Zerstörung, Lava, diesen Dschungelwald genommen. Gefahr. Ja, und das haben sie echt geil getroffen, muss man einfach sagen. So ein Meisterwerk. Echt, ich freue mich, diesen Duft zu besitzen. Und er ist das stärkste Barfüm. Er ist der Endboss der Barfüm-Industrie, weil er so abenteuerlich riecht, weil es echt challenging ist. Selbst die größten Nischen-Neds, die größten Experten im Barfüm-Game müssen sich hier erstmal rantrauen. Rantasten, weil der fegt dich vom Stuhl. Wirklich. Gut. Das war mein Breakdown. Riecht basically wie der Untergang der Welt. Kann man mal machen, ne? Jetzt kommen wir zur einzelnen Wertung. Der Duft kriegt von mir 9 von 10 Punkten. Warum nicht 10? Weil das so speziell ist. Ich kann dir nicht 10 geben. Ich sag mal so. Wenn man einen schlechten Tag hat, wenn man nicht angerührt werden möchte, wenn man sagen will, Get off. Lass mich einfach in Ruhe. Geiler Duft. Vor allem im Sommer. Der ersticht einen dann komplett. Aber, ja. Im Winter. Beim Minus-Gran färmt er dich irgendwie. Er gibt dir die Kraft. Das finde ich halt cool. Aber sonst, wo willst du ihn tragen? Beim Grillabend? Der grillt dich dann, der T-Rex. Oder willst du deine Freunde und Verwandten grillen? Der macht keinen Gefangenen. Der, mit dem wir es nicht gut Kirschen essen. Kaffee und Kuchen ist nicht. Mit den T-Rex. Da habt ihr euch den falschen Dinosauri ausgesucht. Bedeutet. Ja. Für was trägt man denn im Büro? Sicherlich nicht. Außer, ob du bist irgendwie CEO. Und willst du eine Dominanz zeigen. Als Chef oder als Chefin. Ist ja ohne Sex. Dann vielleicht. Am Abend, wenn es kalt ist. Weiß ich nicht. Ich finde, es gibt keine Situation, wo man das Parfum tragen kann. Weil es so experimentell und einzigartig und speziell ist. Und das ist die Schwäche, die das Duft ist. Deswegen kann ich nicht 10 geben. Klar, wenn man einen schlechten Tag hat. Go for it. In kalten Wintertagen finde ich den ganz cool. Aber in Deutschland, wann sind hier mal Minusgrade? Oder ja, aktuell gibt es die. Aber das war es da auch. Aber ja. Sehr komplex zusammengesetzter Duft. Ein Abenteuer. Muss man einfach honorieren. Ich glaube, ich kann euch an der Stelle auch mal die Duftnoten einblenden. Ihr seht, die Duftnoten sind länger als die Bibel. Wow. Und jetzt irgendwie die Duftnoten aufzuzählen, ist auch kompletter Quatsch. Weil das ist eine Erfahrung. Ein Abenteuer. Da kann ich nicht einfach technisch die Duftnoten aufzählen. Das ist Quatsch. Aber der Hauptpunkt ist eben halt dieses Zedan-Wacholder-Öl. Dadurch kommt diese brennende, rauchige Not zustande. Das ist wichtig, um den Duft zu verstehen. Das ist auch ein bisschen erdig. Durch das Pachui. Dunkel, dunkel, dunkel. In your face. Geil umgesetzt. Weil ich mir einen T-Rex vorstelle. Genauso würde riechen. Ich bin einfach in Dinosaurier-Zeit. Geil gemacht. Wirklich. Trotzdem 9 von 10. Mädelsabend, nein. Date? Nein. Auf keinen Fall Date. Party? Okay. Party? Maybe. Wenn man richtig auffallen möchte. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht der Komplimente-Fänger schlechtern. Party vielleicht. Aber sonst? Freizeit? Alltag? Nein. Sport? Ich meine, wenn du in Muckibude bist, Strongman bist, da im Gewichtheben bist und riechst da wie ihr T-Rex, vielleicht witzig. Aber ich empfehle dir eher frischere Düfte, ne? Also, es gibt keine richtige Situation, wenn man das auf Film tragen kann. Deswegen 9 von 10. Halbbarkeit. Wie lange hat der? T-Rex? Meine Dinosaurier haben lange überlebt. Kam halt, der Meteoriert. Der hält 30 Stunden plus. Ich hab den gesprüht mittags. Ich hab mal an einem anderen Tag. Nach dem Aufstehen mittags. Wahrgenommen. Ich hatte die ganze Zeit dieses rauchige, tolle Aroma. Und wenn der Duft sich settelt, geht das Rauch eben ein bisschen hinterher und sind die Bäume bereits abgebrannt. Du hast dann mehr das Harz hier, das Grün oder das Leder. Ist dann ein bisschen mehr Smooth, weniger rauchig. Ist tatsächlich dann sogar ein bisschen angenehmer, wenn man es nicht mag, wie ein Aschenbecher oder so zu riechen. Nach Zerstörung zu riechen. Später wird er ein bisschen smoother, gedämpfter. Der T-Rex muss ja auch irgendwann mal schlafen. Der muss ja auch irgendwann mal sich erholen von den ganzen Raubzügen und so. Und ja, dann wird er ein bisschen gechillter, der Duft. Aber er bleibt eben halt ultra strong. 30 Stunden plus. Das ist eine Ansage. Diese Ansage ist 11 von 10, bahnbrechend, raumfüllend, erstickend. Sechs Sprays hiervon. Ich habe den nur einmal in die Hand gesprüht, ne? Soll ich euch wohl sagen? Heute ist T-Rex-Zeit. Mach das nicht nach, ne? Nachwarn auf eigene Gefahr. Das ist schon wieder so kalt. Und dann liebe ich das Wafür. Ich muss aufpassen, ne? Ach, 60 Milliliter kriege ich schon nicht leer. Aber ein Minusgraden, echt. Eins meiner absoluten Favorites geworden. Geil. Aber es riecht jetzt nur nach Rauch und Zerstörung hier. Wirklich. Als wenn der Meteorit in meine Wohnung gefallen ist. So cool. 11 von 10, Siage. Halbbar kalt, 11 von 10. Was willst du mehr? Flakon. Habt ihr euch so einen T-Rex vorgestellt? Eher wie in dem Video eben, ne? Ich meine, T-Rex mit Mafiosi-Hut und Anzuhon-Krawatte. Ich weiß ja nicht. Ich meine, wenn du so ein Yakuza-Boss oder Mafia-Boss bist, dann hast du auch so eine Aura, ne? Get off! You can't touch me. I'm the boss. Das passt irgendwie. Und er war ja auch der Boss von allen Dinosaurien. Der stärkste. Aber ist schon witzig. So ein T-Rex mit Krawatte und so zu sehen. Schöner Flakon. Hier ist Leder. Passend zum Duft. Leder am Deckel. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Dann schön Gold. Hier steht nun mal Edgecote und so. Hinten ist leider nichts. Aber ich weiß nicht. Der hat so viel Charme. Ich lebe da 10 von 10. Ich finde die einfach süß. Süß, lustig. Und hochwertig verarbeitet. 10 von 10. Für den T-Rex locker. Preis, Laufs, Verhältnis. 210 Euro kostet das gute Stück. Besser Ansage. Ich meine, Duft performt wie ein absoluter Gott. Wirklich. König der Dinosaurier. So performt er auch. Aber. Muss halt schon ein bisschen Geld hinblättern. Ich finde Nischendüfte generell immer ein bisschen overpriced. Weil du kriegst im Designer und Celebrity Barfum Segment genauso gute Düfte. Gut. Nicht so speziell. Aber du kriegst halt in jeder Sektion gute Düfte. Und deswegen 210. Ist extrem der Parfum. Ich merke, wie stark der Duft ist. Von daher ist es vielleicht gerechtfertigt. Ich gebe mal 7 von 10. Weil es ja schon ein geiler Duft ist. Geil verarbeitet. Und stark. Was wird es mehr? Aber immerhin ist es über 200 Euro für ein Parfum. Und 60 Milliliter. Ist fast so ein kleiner Flakon wie bei Killian. Performt aber besser als jeder Killian Duft. Selbst eine Angel Chair ist zahm. Gegen diesen Duft. So stark ist das Parfum. Gut. Kommen wir nun zur einzelnen Situationen, wo man es Parfum trägt. Ich habe es eigentlich schon gesagt. Winter. Grandios. Kannst du auch in allen Jahreszeiten tragen, wenn man halt diese Aura haben möchte. Und verrückt ist. Aber für Winter, für Minusgrade. Super gut geeignet. Wenn du in Jakutsk, der kältsten Stadt der Welt wohnst. Das ist der Duft. Den brauchst du. Oder in Alaska. Da was Richtigkeit ist. Must have. Hier in Deutschland oder in Dubai. Wenn du das in Dubai oder so trägst. Geht gar nicht. Aber ja. Bei Minusgrade toll. Sonst eher nicht. Für wen ist dieses Parfum? Da der Duft so intens ist. Und ich es mir echt nicht an die jüngeren Personen vorstellen kann. Wie ich sagen. 25 plus. Der T-Rex. Der ist auch nicht ein kleiner Sau. Ja. Der ist schon ein bisschen größer. Ein bisschen erfahrener. Von daher. Eher für ältere. Frauen. Männer. Tendenz. Wahrscheinlich maskulin. Liening. Aber ich finde es immer so albern. Maskulin. Feminin. Ich trage den auch gerne. Wenn ich das rauchige Aroma haben möchte. Und ist offiziell auch als Unisex vermarktet. Warum nicht? Wenn du eine starke Frau bist. Mit Lederjacke. Wie ich heute. Geil. Lederhose. Lederjacke. So ein bisschen Bad Girl Style. Dann der Duft. Dann. Hast du auf jeden Fall das Outfit gerockt. Sagen wir es mal so. Ähm. Abschließend noch. Situation. Wie gesagt. Kannst vergessen. Gibt keine Situation. Wo man das Parfum trägt. Gut. Das war drüber gesprochen haben. Gut ihr Lieben. Das war mein Review. So. T-Rex. Jetzt können die Hater wieder sagen. Ah. Du quatschst. So viel. Dann gab es immer das gleiche. 20 Minuten. Ein Parfum. Das ist ein spezielles Parfum. Da musst du einfach länger drüber quatschen. Ist einfach so. Fazit. T-Rex. Ist kein Parfum für Alltag. Ist es sehr speziell. Für wahre Nischenfans. Das ist eine Challenge. Dies Parfum auszuprobieren. Ein Abenteuer. Und wie gibt es sich in den Dinosaurierzeit. Wo eine Meteorien drunter kam. Alles vernichtet hat. Von Magma. Überschüttet das Land. Die Pflanze von Magma überschüttet. Und einer hat überlebt. Der T-Rex. Leicht gerüstetes Fleisch. Blut. Rauch. Gefahr. Nebel im Dschungel. Das ist das Bild. Was dieser Duft vermittelt. Macht keine Gefangenen. Er schlägt alles in der Umgebung. Ist wirklich so ein Get-Off. Duft. Wenn ein Boss sein möchte. Geil. Einfach nur super cool. Hält ewig. Performt ewig. Geiles Yash. Was willst du mehr? Ist nur. Nichts für schwache Nerven. Das ist mein Fazit. Duftbewertung. 10 von 10. Ist einfach Masterpiece. Es ist eine Erfahrung. Muss man gemacht haben. Schwierig zu testen. Schwierig zu bekommen in Deutschland. Ich habe es auf Beauty Concept bestellt. Woanders kriegt man den glaube ich nicht. Nur bei Zoologist auf der Website. Das ist wirklich Nische. Riecht nischig. Schwer zu bekommen. Die Definition von Nische. Vergesst mal Parfum in Mali und so. Das ist ja schon Mainstream. Aber das ist wirklich. Die Definition von Nische. In diesem Sinne. Falls ihr den T-Rex schon mal getestet habt. Wovon ich nicht ausgehe. Weil er echt schwierig zu bekommen ist. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls ihr den testen wollt. Ihr seid so verrückt wie ich. Lieb Parfums. Könnt ein Blind kaufen. Empfehle ich aber nicht. Holt euch eine Abfüllung oder so. Weil ich nicht davon ausgehen kann. Dass dieser Duft allen Leuten gefällt. Um Gottes Willen nicht. In dem Sinne. Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe es mir schon sicher angegeben. Und der T-Rex ist zurück. Oh mein Gott. Ciao. Oh hallo. Freut mich, dass du immer noch da wirst. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast. Kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao.